Hallo Hello Kitty Freunde! Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr in ein paar einfachen Schritten einen Ringhalter basteln könnt, natürlich im Hello Kitty Style, in dem ihr alle euren wertvollsten Schmuckstücke sicher aufbewahren könnt. Zur Herstellung benötigt ihr eine kleine Kartonschachtel, farbige Ewa-Schaumstoffbögen, Acrylfarben, Pinsel, Bastelkleber, Glitzer, Bastelschere mit abgerundeter Spitze, Bilder von Hello Kitty und ihren Freunden zum Ausdrucken, Farbband. Um einen bezaubernden Ringhalter zu basteln, braucht ihr eine kleine Kartonschachtel wie diese. Bemalt die gesamte Oberfläche mit Acrylfarben und einem Pinsel. Ich habe mich für diese wunderschöne rosa Farbe entschieden, die Hello Kitty sicher lieben wird. Lasst sie danach einige Minuten trocknen. In der Zwischenzeit dekoriert die Oberseite der Schachtel. Bedeckt die gesamte Fläche mit Bastelkleber und zerstreut diesen funkelnden farbigen Glitzer darüber. Schüttelt die Oberseite der Schachtel, um den überschüssigen Glitzer zu entfernen. Aber werft ihn nicht weg, er könnte in der Zukunft für ein anderes DIY-Projekt nützlich sein. Schneidet nun mit Hilfe einer Bastelschere aus einem Schaumstoffbogen einen Streifen in der gleichen Länge des Kartons aus. Tragt den Kleber über die gesamte Fläche auf und rollt den Streifen auf sich selbst. Etwa so. Legt das Schaumstoffstäbchen in die Schachtel. Wiederholt diesen Schritt, um weitere Stäbchen aus Schaumstoff herzustellen, die dem vorherigen identisch sind, bis ihr das Innere der Schachtel gefüllt habt. Nehmt einen dünneren Streifen aus farbigem Schaumstoff und wickelt ihn um sich selbst und klebt ihn mit Bastelkleber fest. Auf diese Weise werdet ihr den Griff eurer Schmuckschatulle erstellen. Klebt das Stück oben auf die Schachtel. Jetzt müsst ihr nur noch die Seiten der Schachtel mit einem Band wie diesem schmücken. Schneidet mit einer Schere ein Stück Band ab, wickelt es um die Schachtel und macht in der Mitte einen Knoten. Ladet die Schablone aus der Beschreibung dieses Videos herunter, drückt sie auf ein Blatt Papier und schneidet die Teile aus. Zeichnet die Konturen der Schablone mit einem Bleistift auf einem roten Schaumstoffbogen nach und schneidet die verschiedenen Teile entlang der Konturen aus. Macht die Schleife und klebt sie mit Bastelkleber auf die Oberseite eures Ringhalters. Genau in die Mitte. Jetzt ladet auch die Bilder von Hello Kitty und ihren Freundinnen aus der Beschreibung dieses Videos herunter und druckt sie auf ein Blatt Papier aus. Schneidet sie mit einer Bastelschere aus und klebt sie mit Klebestift auf den Ringhalter. Und jetzt ist diese Schmuckschatulle bereit, all unseren wertvollen Schmuck und Ringe aufzubewahren. Hello Kitty wird sich sicher verwahren! Werde auch du ein Freund von Hello Kitty! Abonniere den Kanal und gib einen Daumen nach oben! Bis zum nächsten Mal!